herzlich willkommen zum neuen video auf meinem kanal leider habe ich mal wieder vergessen das intro zu drehen deswegen jetzt hier aus dem büro viel spaß beim video herzlich willkommen zum neuen video auf meinem kanal und zwar bin ich mal unterwegs auf lost place ja und wir haben da was entdeckt ist ein altes verlassenes hotel und das ist ja echt krass alter guckt euch das an leute ja und zwar ist das ein altes verlassenes hotel guckt euch das an alter jetzt noch komplett einrichtung am start ist der helle wahnsinn das ist unfassbar geil schaut euch das an hier der alte fernse was mega krasses leute guckt euch das an hier auf die kompletten gläser eingerichtet alte kaffeemaschine wahnsinn und wisst ihr was auch geiles ich zeige euch mal was richtig geil ist was ich total derab geil finde ist durch den raum hier an unglaublich also wann das letztendlich verlassen worden ist kann ich euch gar nicht so genau sagen das hier ist auch geil also wann das jetzt genau verlassen worden ist kann ich euch leider nicht sagen aber was auch fett ist jetzt guckt euch an halt küche noch komplett am start noch komplett am start die küche das ist unfassbar also von hier sind wir reingekommen jetzt schauen wir uns doch mal die küche an wenn wir schon da sind hier sitzt rein aber jetzt gucken wir uns mal die küche an und schauen wie wir da reinkommen in die küche muss ja irgendwann eingang geben also hier das ist schon krass hier auch nicht da geht es rein in die küche guckt euch das an schon unfassbar geil oder hier hat er noch richtig viel einrichtungen am start also ganz wohl ist mir bei der geschichte hier nicht ne aber ja schaut euch das an schon krass oder schon echter krass vor allem was ich geil finde ist dass das jetzt noch gar nicht so ja wie soll man sagen soviel vandalismus erfahren hat bis jetzt schon krass geiler scheiß richtig geiler scheiß die alte rezeption guckt euch das alte telefon an geil da stehen noch alte gläser rum so ein uralter rechner hier noch ganz alte gläser wahnsinn absoluter wahnsinn unglaublich hier gehen wir es mal auf so dann würde ich sagen schauen wir uns doch mal oben um so was zu sehen gibt ich habe keine ahnung wahnsinn leute guckt euch das an krass oder das ist echt krass das ist echt der wahnsinn das ist echt der wahnsinn was hat man hier alte arbeits- und sozialausweise guckt euch das an nur von der SED oder so krass das ist schon heavy total verrückt das ist total verrückt schaut hin alle wahnsinn das sind nur die alten gebäude beziehungsweise die alten zimmer das ist komplett krank schlafzimmer wahnsinn saukrass saukrass zur DDR-Zeitung guckt euch das an die Werkstatt von einem Haus hätte ich jetzt mal behauptet den Ressorts auch mal gesehen ja da wird gesehen guckt euch das an wahnsinn hört ihr das das regnet halt wie Sau nicht von draußen mal gekommen jetzt kopf undячst das ist der 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 des der 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 dann würde ich sagen ich denke mehr gibt es nicht mehr zu sehen ist der alte sitzungsraum oder irgend sowas hätte ich jetzt mal behauptet also ich dachte eigentlich es gibt nichts mehr zu sehen aber man scheint ja doch duschenswind, gasuhren, der rest hier ist leer also da hinten ist alles leer, ist alles leer mega lasst es mal auf euch wirken krass und wenn euch das video gefallen hat lasst mir einen daumen nach oben da und folgt diesem kanal ein glocke ding 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 und dann verpasst ihr kein video mehr so 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 so